Iska, am Sonntag ist es jetzt soweit. Du wirst bei The Voice Kids auftreten. Bist du schon gespannt? Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen, wenn man sich selber im Fernsehen sieht, das ist nochmal ganz anders, als wenn man auf der Bühne steht. Ich freue mich richtig. Es hat ja auch ein bisschen länger gedauert, diese ganzen Auditions oder Scoutings, wie sie die nennen. Seit April wart ihr da in Hamburg und Berlin unterwegs. Wie muss man sich das vorstellen? Also man muss sich bewerben, ein Bewerbungsvideo hinschicken und dann habe ich am nächsten Tag schon gleich Bescheid bekommen, dass ich nach Hamburg eingeladen bin, dass ich da vorsinge. Und dann bin ich dort auch weitergekommen und dann musste ich nochmal nach Berlin und ich habe drei Songs bekommen, die ich singen muss und dann habe ich die vorgesungen und bin dann halt jetzt in den Blind Auditions gekommen. Und was ist das für ein Gefühl, jetzt bei den Blind Auditions zu sein? Du darfst ja noch nicht so viel verraten, aber vielleicht so ein bisschen anteasern? Also es ist schon ein krasses Gefühl, weil schon immer mein Traum war, auf so einer großen Bühne zu stehen. Und da sind einfach so viele Menschen vor allem, die man ansingt. Und ja, es war einfach ein sehr gutes Gefühl. Deine Liebe zu Musik ist aber auch schon ein bisschen älter. Du singst ja auch nicht erst seit gestern. War das Singen schon eine kleine Liebe auf den ersten Blick oder hat es ein bisschen länger gedauert? Also ich würde schon sagen, dass das Singen Liebe auf den ersten Blick war, weil singen und generell die Musik ist einfach mein Leben. Und mit siebeneinhalb Jahren habe ich ungefähr, meine Musiklehrerin hat entdeckt, dass ich singen kann und seitdem liebe ich es einfach. Wie wirst du am Sonntag The Voice Kids gucken und mit wem? Ich werde mit meiner Familie The Voice Kids gucken und ja, ich freue mich drauf. kom Annika Musiklehrerin Beanzinhalb 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 The words you made have turned to dust, it's just a memory The hopes you raised, the delays, it's all I can say The words you said are on my mind, but they were so heavy And I'm asking myself How did you feel when you left me? How did you feel when you left me?